hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu homefront revolution ich bringe mein glück geschafft und wir sind auf dem weg zu dem nächsten sendeposten und überzeugen mit kleinen morden in der gesellschaft die bürger uns sich uns anzuschließen schon sehr viele parallelen zu bekannten spielen wie farcry oder sowas in der art aber bis jetzt gefällt es mir trotzdem sehr gut so den sektor haben auch eingenommen haben wir eigentlich nur eine hauptmission ich weiß nicht ich bin gerade so ein bisschen irritiert oder wahrscheinlich müssen wir dieses das oben ist dieses herz der revolution wahrscheinlich müssen wir uns diesen sektor zu eigen machen sagen wir gehen mal zu diesem radio wir haben mir den sektor jetzt hier eingenommen bescheid weiß können sie ihn von der kva schützen und dafür sorgen dass die erzeugnisse die richtigen abnehmer guter arbeit brady rüber guten tag ähm hier radio hast du ein radio oder hier unten so wir wandeln mal die mollys hier um sind wir eigentlich voll okay nein waffe wegpacken so jetzt haben wir das eingenommen oder ja jetzt sagen nehmen wir die als nächste ist auch gar nicht so weit 82 meter oh da drüben sind sie ja direkt haben wir genügend punkte um hier unsere waffe auszurüsten 14 punkte das ist natürlich leichtes lmg haftminenwerfer für sturmgewehr und drohnen zu erwarten umwandlungsschnellverlust kürziger drohnen die feuerrat ist ziemlich hoch das will ich zurück aufsätze ach so da können wir auch noch okay 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 mündungsbremse revest visier erhöht die treffsicherheit was haben wir denn 25 genügend scharf schützen zielfahre handgriff erhöht die treffsicherheit nehmen wir reflex visier und holo nehmen das holo so ausrüstung nehmen wir erstmal wertsachen verkaufen dann ausrüstung anpassen ja nichts dabei wie hab ich denn nochmal ach so das war aber das schnellmenü ne so x das find ich echt ne coole sache da haben wir nischt da haben wir nen griff da haben wir kein visier dann müsste hier oben holo sehr geil und hier jetzt haben wir es von mg umgewandelt das ist ja echt gut gemacht und das hier war das visier ne zielfühlenrohr cool hier noch ein schalldämpfer das wäre das ideale um den da vorneweg zu naschen und da kann ich auch irgendwie umschalten oder kann ich irgendwie halten oder kann ich hier halten und shit äh ok ok ähm cool zack oh 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 hi ja ich war okay ich hoffe das kann ich wieder gerade bügeln gucken wie viel da so insgesamt insgesamt kommen ok wir brauchen auf jeden Fall noch das ist einer das war doch auch einer oder kommt der jetzt hier hoch oh fuck besser nachladen das war dumm ich wollte das nicht da ist noch ein fahrzeug shit können wir noch eine basteln können wir nicht wir haben nicht genug material fuck und nun kann ich irgendwo hoch alle arbeitsreinheiten aktuellen auftrag beenden da gehst du hol dir doch ok es gab eine störung in ihrem bereich friedenswächter sind bereits unterwegs der holz sind in dieser zunar tief shit ich lade immer zu oft nach bei so einem G ist ja gar nicht notwendig und da rein ist nicht gut das war ziemlich dumm das ist revolution kann ich irgendwie sind die ferngeste geht nicht gell schade ich muss hier irgendwie runter ich muss hier irgendwie runter was shit geht nicht wohl auf geht wohl nicht auf das war ziemlich dumm shit das ding macht mich alle okay so komme ich hier raus komme ich nicht die chemie ich brauche irgendwie chemie dann könnte ich mir könnte ich mir noch ein bisschen einen sprengstoff herstellen oh shit ich muss hier weg schonke leite es gab es eine störung bitte bleiben sie wo sie sind und warten sie auf einen friedensländer arm stop ausrüstung vielleicht hier im keller irgendwie oh man wieso habe ich denn da drauf gedrückt Das war total unkoordiniert eben. Schimie, Schimie, Schimie. Nein, nein, nein. Bauteile, Bauteile, Bauteile. Eine Festplatte. Sieht doch gut aus hier. Kann ich bitte ein bisschen Sachen haben, wo ich mir Waffen hermitstellen kann? Oh, Knallkörperablenkung. Nein, haben wir nicht. Wo ist denn das Bedrohungslevel eigentlich, würde ich gar nicht wissen. Ist das aufgehört? Ich glaube, es hat aufgehört. Hui, Jungs und Mädels. Das war natürlich jetzt nicht so geil. Das war auch außerordentlich dumm. Ich packe jetzt mal die Waffe weg. Kommt er runter? Ah, okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hab's mal kurz geruckelt irgendwie. Okay. Ich hab vom Kampf in Elmtree gehört. Die Nachrichten melden, dass der Biderstand vernichtet wurde. Ich schätze, das war's dann. Achso, gut. Okay, wir sind glaube ich hier hinten lang. Erständig dich bitte um Entschuldigung. Kannst du mich hier mal vorbeischleusen, bitte? Ah, jetzt. So, wir sind halt vorne hin. Kommen wir hier rüber. Sieht gut aus. Ich ruckel ins Spiel. Was ist jetzt los? Okay. Chemikalien, sehr gut. Was ist denn los? Was macht denn mein Spiel gerade? Sorry, dass es gerade hier so ein bisschen stockt. Oh, der KVA wird's hier. Muss ich? Will ich nicht. Ich will zu diesem Sender. Ich bin eigentlich ein guter. Okay. Okay, 48 Meter. Komm und sprich mit mir. Gefällt dir, was du siehst? Äh. Oh. Ähm. Nicht wirklich. Danke. Hab noch zu tun. Ähm, ich muss weg. Als würde mich das interessieren. So. Danke, da ist so ein Wagen. Komme ich irgendwie über die Dächer? Steht auch direkt davor. Vielleicht kann ich hinten rumgehen. Ah. 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 Oh. Brady, in deiner Nähe gibt es ein verlassenes Apartmenthaus. Der Widerstand könnte es als Unterschlupf nutzen. Finde einen Weg hinein und sieh nach, ob es geeignet ist. Sieht doch ganz gut aus. Shit. Hm. Und nun? Okay, nach oben. Mann, 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 Mann. Ähm. Wallrun? Ernsthaft? Echt? Oh ja. Hat funktioniert. Nein. Oh, fast vorbei. Okay. 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 Na, darf ich nicht? So. Da rein? Nein. Oh ja, sehr gut. Oh. Mann, 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 Mann. Das war ein bisschen zu offensiv alles. Aber wir haben es geschafft. Okay. Okay. So. Firli Alpha an Brady. Dieses Apartment hat eine perfekte Lage zur Überwachung von KVA-Bewegungen in der Zone. Das könnte uns einen Vorteil verschaffen. Ich schicke ein Team hin. Firli Alpha Ende. Ich bin beim Aufsichtspunkt. Werde mich melden, sollte es etwas geben. Vorsicht. Auch cool. Cool, wie sich das Licht anpasst, wollte ich sagen. Bin ich jetzt persönlich. Verdammtes Arschlach. Wer? Was? Redest du mit mir? Okay. Ich würde sagen, dann holen wir uns die letzte. Drei von vier. Das Ding holen wir uns jetzt. Ich kann uns ja irgendwie mehr... ...drauf konzentrieren, über die Dächer zu gehen. Ich überlege nur gerade. An dir vorbei ist es noch nicht, ne? Das sieht nicht so aus. So. Ah, ein Radio. 72 Prozent haben wir schon. Hoch. Selbst bevor die Welt verrückt spielte, begann ich schon... ...Apex. Apex. 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 Hier ist überall Apex. Was ist das? Ist das ein Lager? Schauen wir mal. Ich bin irgendwie so ein bisschen angespannt gerade. Ich weiß auch nicht warum. Aktuelle Terroristen mit Wurzstufe hoch. Okay. Oh Gott. Da fährt noch ein Fahrzeug vorbei. Jeder Bürger, der öffentliche Eigentum wird vor Ort verhaftet. Ach, der kam ja direkt da hin. Ich hätte jetzt aber echt Glück gehabt. Da hinten steht er und die laufen jetzt... Okay, sie laufen weg. Man sieht es immer auch ganz schön auf dem Minimap, in welche Richtung die suchen. Glück gehabt. Okay, da links steht noch einer. Der rechts rennt hinten raus. Ich überlege gerade, ob ich hier rausspringe, der da links von mir ist, den auch weg mache. Jeder, der öffentliche Eigentum ist eigentlich verunstreitend, wird verhaftet. Melden Sie ihn. Jetzt sind sie ganz... Ah, er kommt jetzt hier lang, oder? Nein. Okay. Könnt ihr mir denn jetzt hier holen, ne? Nee. Könnt ihr hier... Vandalismus und Unordnung sind strafbare Handlungen. Aber wir bleiben mal lieber unauffällig. Wir haben ja am Anfang der Folge erlebt, was es heißt, Randale zu machen. Rettebürger. Achtung Bürger, gesellschaftsfeindliches Verhalten wird nicht toleriert. Gehren Sie sofort nach Hause zurück, sonst werden Sie verhaftet. Was macht der denn hier? Bessene KVA! Seid wachsam. Terroristen könnten sich in diesem Distrikt aufhalten. Da ist noch ein Radio. Das können wir uns hier vielleicht noch holen. Wie kommen wir denn hier hoch? Bitte gehen Sie auseinander und kehren Sie friedlich in Ihre Häuser zurück. Seid wachsam. Terroristen. Terroristen könnten sich in diesem Distrikt aufhalten. So. Oh, Munition. Sehr schön. Besteher. Was sind das? Okay, da komme ich nicht rein. Das ist doch auch ein Stützpunkt. Ah. Auf jeden Fall haben wir hier noch Munition bekommen. Aber... Verstehe ich nicht. Sie... Ah, da. Nee, da muss Strom bekommen. Alles klar. Schauen wir uns an. Da haben wir noch ein Radio. Wo geht denn das Kabel lang? Die meisten Nachrichten sind Schrott. Die meisten Nachrichten sind Schrott. Befunden. Inhalt. Der Schlüssel des PR. Das... Ende... KPA only. Hä? Ach, können manipuliert werden mit Hacken und bla bla bla. Ach so, okay. Das hat damit nichts zu tun. Ich dachte, das wäre so ein Sender, den wir aktivieren müssen. Um ihren Willen zu brechen. Das ist psychisch gut. Warnung. Randalierer werden mit tödlicher Gewalt auseinandergebracht. Seit kurz verlassen Sie die illegalen Aktivitäten. Umkehrst wieder nach Hause zurück. Aktuelle Terroristenbedrohungsstufe hoch. Ah, hier. Oh, da ist blau. Dann wird es hier auch noch das Radio geben, was hier angezeigt wird. Ah ja, sehr schön. So, sind wir schon bei 79%. Warnung. Randalierer werden mit tödlicher Gewalt auseinandergebracht. Okay. Ja, ihr Lieben. Es war eine sehr actionreiche Folge diesmal. Ich werde mich in der nächsten Folge dann weiter hinten Richtung zu dem nächsten Stützpunkt begeben. Dann haben wir alle vier in diesem Gebiet. Und dann sollten wir langsam so Richtung 100% von der Hauptmission Herzen und Gedanken begeben. Da reint jemand weg. Gut, bis zur nächsten Folge von Homefront the Revolution. Bis dann. Ciao.